Du willst dir eine gratis Playstation 5 sichern? Dann haben wir den passenden Tipp für dich. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Moment mal, habe ich hier meine Brille vergessen? Torben? Sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, ich wollte auch mal ein bisschen TikTok machen. Ja, ich glaube, das lassen wir noch bei mir erstmal. Aber du kannst das ja gleich anbehalten für Feierabend. Immerhin bist du dann schon verkleidet. Ich muss mir dafür immer noch eine rote Nase aufsetzen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, HiFi.de, alaaf.